moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass ihr eingeschaltet habt und heute spielen wir mal ein neues spiel ist kostenlos gibt es bei steam könnt ihr selbst mal gucken ob euch das spiel gefällt aber ich habe jetzt schon ein wenig angefangen das ist das tutorial und ja ich konnte das nicht mehr von vorne anfangen deswegen spielen wir einfach jetzt hier weiter und ich hoffe es klappt alles also es geht um hacking wir hacken hier so einiges so wir hacken dateien also wir ziehen dateien aus servern raus so lange rede kurzer sinn wir fangen jetzt hier glaub das habe ich eben schon immer ich weiß nicht da hatten wir einfach mal so wenn wir hier runter so hätten wir die tür easy jetzt können wir ein paar daten klauen sehen wir dann rechts unsere punkte pkt öffnen die tür mit e so jetzt können wir diese komischen kassen hier wegnehmen mal sehen da ist schon einer jetzt kann ich auch an so oder ist der nächste und dann noch mehr okay so hier ist der nächste datenturm saugen wir alle daten raus und dann schnell ab und dann haben wir so geschafft so gehen wir durch diese tür mal irgendwie habe ich das gefühl dass das spiel ein wenig hinterher zieht aber es kann auch nur mein gefühl sein man weiß es nicht ich muss ja auch noch hacken zack oh nice springen wir mal hier hoch zack so daten einsammeln so das haben wir wir gehen jetzt noch mal auf die andere seite saugen wir da noch alles aus haben wir alles ja ich denke schon so jetzt müssen wir hier nur noch schnell raus kommen oh hier ist noch einer so dich habe ich mein freund zack zack oh hier ist auch noch einer schnauze so wir müssen hier lang so wir müssen hier lang oh die Tür ist verspült ja wir können ja auch hier lang das habe ich ja eben schon gesehen so oh da ist noch einer schön mal in den Arsch schießen und in die Weichteile zack ist er weg äh stehst du auf danke ja ganz easy easy geschafft weiter aber wir sind fast stufe 3 wir sind natürlich gar nicht mal so schlecht oder haben wir noch ein bisschen vor uns ein Tutorial manche Booster Packs enthalten die seltenen Praxis Kits mit Punkten und Freisheiten von Augmentationen für ihren Avatar aber jetzt kriegen wir ein Booster Pack öffnen so was haben wir denn hier schönes okay Pistolen Munition Biozelle äh wir nehmen mal die äh das Praxiskit äh zack ok können wir das hier gleich nochmal machen schalten Sie jetzt die Multi Sprung auch frei Sie brauchen Sie für den nächsten Lava Wall Server ok ok was haben wir hier ok dann entscheiden wir das mal frei ok ey ich will das freischalten hallo und mit E vielleicht ne kann man auch nicht machen äh ich kann es nicht öffnen warum ist das so ja dann halt nicht äh äh vielleicht können wir hier oder was so ne können wir auch nicht so mal sehen ähm springen.aug mit einem Mausklick ja geht auch nicht verstehst du ok egal will ich nicht achso Avatar ändern vielleicht ne kann man auch nicht warum kann man das nicht muss ich das hier machen ja das kann ich auch noch nicht machen ähm weil ich keine Punkte hab sehe ich gerade weiß es nicht ok egal aber ich darf nicht zurück doch ich habe zwei Punkte äh aber wieso kann ich das nicht freischalten das ist das Problem aktivieren ne kann das nicht geht nicht ja das erste Problem hier das ist natürlich belastend wieder wenn das nicht hier funktioniert wenn eine Mausklick hier können wir auch nichts machen oder können wir gar nichts machen ok ja und nun wieso schaltet er sich denn nicht frei so will nicht oder ich muss das hier freischalten weiß nicht es ist aber gesperrt warum ist das gesperrt guck mal hier steht ein Punkt und ich ich habe aber zwei Punkte frei ah hier können wir was freischalten ok dann nehmen wir das hier einfach testen Sie die neue Fähigkeit dieses Abortars erreichen Sie mit Multisprung äh ja ok zurück können wir jetzt zurück ah jetzt können wir ok äh hab ich mir das nicht durchgelesen und das natürlich ja das ist jetzt belastend mit Multi also ich glaube mit E oder so ne das geht irgendwie nicht haha ok kann man das auch irgendwie nachlesen oder so natürlich nicht da irgendwas mit E oder Avatar ne das das sind nur die normalen Optionen das ist natürlich jetzt scheiße ok ok so komme ich da nicht hoch hier das ist nicht aber ich denke ich komme auch so rüber ich zeige hier ja ok 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 auch noch was dazu gelernt kann sich so hinstellen ok was war das jetzt ok ok ja das ist eben nicht komisch ok wie kann man nicht hin wo geht das denn ok ich verstehe das gerade nicht ich verstehe das gerade nicht wenn Sie Multi-Sprung auf Serverblöcken einsetzen erreichen Sie noch höhere Plattformen zum Beispiel die weit über Ihnen ah so mit Doppel-Leertaste ja ok gut aber dumm na jetzt funktioniert das endlich ok so das ups hat es halt gehackt so wir müssen jetzt wo müssen wir denn hin ach da ja oh nice ging ja gar nicht mal so ne doch geil so zack nächsten Server laden so das haben wir endlich äh haben wir das ja doch haben wir ja wahrscheinlich und ich habe keine Munition alles klar ähhhh ja ich habe jetzt keine Munition ich habe jetzt keine Munition das heißt ich habe jetzt keine Munition das heißt wir müssen aber da durch irgendwie oder scheiße scheiße ja das haben wir einfach hier durch einfach hier durch wow ja wenn ich das schaffen würde ja wenn ich das schaffen würde so jetzt geh doch mal da hoch oh mein das ist oh man so der Ausgang ist gar nicht mal so weit weg ich glaube wir müssen aber hier trotzdem wieder durch oh 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 wo lang wo lang wo lang hier runter ne so zack fertig durchgerannt passt schon okay wir brauchen auf jeden Fall Munition oh oh diese paar Polenchen hättet ihr mir auch schenken können aber auch okay okay so jetzt ähm nochmal was freischalten glaube ich können wir das nicht freischalten ja können wir okay jetzt kann ich schneller laufen also mehr sprinten oder schneller laufen ich weiß nicht aber wir brauchen auf jeden Fall Munition Pistolen Munition haben wir mal auch wieder ah guck mal hier haben wir noch viel Munition ja was anderes haben wir jetzt noch nicht so zack zurück und next ah ich hab ein Pack bekommen wieder so mach auf hier die Karte hier wir nehmen mal ach das kann man auf C dann glaube ich machen zack manche Server ändern die Regeln für sie in diesem aktiviert der KI-Kern die Abregelung sobald sie ähm jetzt ändern wir die Regeln auch okay 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 so nehm wir mal nehm wir mal ähm ähm ach hier Habe ich überhaupt was? Cheats Okay Ah, können wir mehrere Oh nice Alles gut C B und C Level starten Okay, wir müssen hier durch Durch den Schacht Äh Ist hier Gefahr? Ich weiß es nicht Ja Ja Ah Okay, wenn ich da drauf schieße Ist natürlich richtig kacke wieder Und wir müssen Ah, wo müssen wir hin? Mach die Tür auf Wechsle zum optimalen Angriffswinkel Verursache Schaden Defensivkoordinaten erf Oh Oh, 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 oh Oh Da vorne ist Oh, da ist das So ein Headshot Okay, ich sollte mehr auf den Kopf zielen nur Weil ich jetzt nur noch 5 Schuss habe Obwohl ich 20 eingepackt habe So, ich glaube wir sind noch nicht ganz fertig Okay Ja, komm 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 Ja, 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 ja Hallo Oh Äh Wo geht's jetzt? Ach, wir müssen so raus, oder wie? Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Scheiße, ich komm hier nicht mehr raus Ne, das schaffe ich nicht mehr Holy moly Ne, der Ausgang Er ist da hinten Ne, ich hab's nicht geschafft Belastend Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben Kommentieren Abonnieren nicht vergessen Und wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag Und Ciao